Alles Leben kommt aus dem Wasser. Diesen Gedanken haben wir vor über 40 Jahren in unserem Gelsenwasser-Logo visualisiert. Der blaue Fluss in dieser wunderschönen grünen Landschaft, der steht für nachhaltige, verantwortungsvolle Bewirtschaftung unserer natürlich Wasserressourcen, aber auch anderer Ressourcen und der Gedanke soll sich in alle Aktivitäten unseres Handelns übertragen. Nachhaltigkeit in Summe ist eben mehr als Umweltschutz. Auch soziale und auch wirtschaftliche Aspekte spielen gleichberechtigt eine Rolle. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass soziale Verantwortung eine Voraussetzung ist für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Dies kann natürlich nur, und das ist unser Fundament, unsere Basis, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Wissen, ihren Fähigkeiten, mit ihrer Überzeugung, ihrer Leistungsbereitschaft entsprechend gelingen. Aufbauend auf unserem Nachhaltigkeitsleitbild und unserer Umweltpolitik haben wir zu Beginn des Jahres 2020 begonnen, den Strategieprozess für den Gelsenwasserkonzern zu initiieren, mit dem Ziel, die Aspekte der Nachhaltigkeit umfassender in die Unternehmensstrategie zu integrieren. In einem breit angelegten Dialogprozess haben wir uns mit den Fragen auseinandergesetzt, wie definieren wir Nachhaltigkeit für Gelsenwasser. Weiterhin wichtig ist, dass Nachhaltigkeit ein Querschnittsthema ist, das in allen Geschäftsbereichen verkörpert werden muss und alle Geschäftsbereiche müssen zusammenarbeiten. So ist nach und nach die Nachhaltigkeitsstrategie entstanden. Insgesamt haben wir 23 strategische und 55 operative Ziele definiert. Ich betreue seit vielen Jahren das Umweltmanagementsystem bei Gelsenwasser, was schon seit über 20 Jahren zertifiziert ist. Meine Aufgabe ist es, die EMAS-Anforderungen runterzubrechen und in die Betriebe zu bringen. Dazu haben wir auf allen Unternehmensebenen Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise etabliert, an denen ich auch teilnehme und mit den verschiedenen Kollegen vor Ort die Umweltschutzthemen bespreche. Dabei entstehen Ideen und Maßnahmen, wo man noch etwas verbessern kann. Regelmäßig fahre ich zu unseren Betriebsstandorten oder zu Baustellen und führe dort Betriebsbegehungen durch. Dabei werden mir Umweltmaßnahmen vor Ort direkt am Arbeitsplatz gezeigt. Wir besprechen Verbesserungen, wo zum Beispiel noch Energie oder Abfälle eingespart werden können. Getreu unserem Motto, jeden Tag ein bisschen besser werden, arbeiten wir auf unser Ziel hin, in allen Unternehmensbereichen für nachhaltiges Handeln zu stehen. Dafür sind sichere Arbeitsbedingungen, offene und gute Unternehmenskultur, gesunde Führung, engagierte Ausbildung und lebenslanges Lernen extrem wichtig. Dafür stehen wir in dieser Region.